So liebe Leute da draußen, ich hatte heute den Killertag hier in Gewitzberg bei der Tanzschule Balsano. Er hat drei Stunden sind vorbei, glaubt mir, ihr spürt mein T-Shirt nicht, aber es ist triefend nass, weil hier wirklich alle gekillt haben. Es war ein Hammertag, ich bin ein bisschen traurig, dass er vorbei ist. Wenn ihr die Möglichkeit habt und hier in der Ecke seid von Gewitzberg, kommt vorbei, schaut bei der Tanzschule Balsano vorbei und vielleicht sehen wir uns dort wieder.